Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 2. Ja, in der heutigen Folge dachte ich mir, dass wir ein bisschen das Haus grün machen mit ein bisschen grüner Energie. Und sie hat einen neuen Job und zwei Bücher schreiben. Freut sie sich schon drauf. Oh, falsches Fenster, Roman schreiben, einfach irgendwas antippen. Ja, ups. Ich habe nämlich mit ein Charakteren geübt, aber das war schon vorher so. So. Die könnte doch bitte nochmal was malen. Hey, die sind Freunde geworden. Du redest über Baseball. Übertreib's nicht, mein lieber Freund. Pssst, andere Sims wollen sich konzentrieren. So. Also. Eine Solaranlage. Die haben wir hierbei verschiedenes. Und dann hier, die Solaranlage. Dann machen wir doch ein paar aufs Dach. Dann machen wir doch ein paar aufs Dach. Perfekt. Was jetzt nicht fehlen darf. Eine Heizung. Eine Heizung. Hier eine. Hier. Ich übertreib's jetzt einfach mal komplett. Ich übertreib's jetzt einfach mal komplett. Oh. Das hol' morgen wieder rein, das Geld. Oh, das macht... Macht das Geräusch oder hört sich das nur so an? Ja. Wie erstmal aus, weil das ist eher für den Winter dann gedacht. Äh. Da habe ich einen Fehler gemacht. Das gebe ich jetzt zu. Äh. Sommerfrühling, Winterherbst. Ups. Das bessere ich dann später aus. So. Olli. Ja. Mach mal. Ich muss mal ganz kurz hier was gucken. Auf den anderen Computer. Wie viel teuer ist... Was sind... Also wie teuer ist ein Butler? In Sims 2. Das ist keine Mod. Ja gut, das ist jetzt nicht Sims 2, sondern Sims 1. Sabo. Ja. Ah, hier. Äh. 25 die Stunde. Okay. Ja. Dann hat es sich erledigt. Dann hat sich das mit dem Butler wohl echt erledigt. Und dann hat es sich erledigt. Oh, gut. Ähm. Geht das? Wenn ich hier noch einen Computer hinstelle Weil dann hat der Vater auch mal was zu tun Okay, das scheint zu funktionieren Lustig Zum College gehen Ja, können wir Das kannst Aber Ist ja gerade eine Verbrechenswelle, aber Ähm, entschuldigen Sie Sie können doch nicht einfach in mein Haus gehen Was glauben Sie, wer Sie sind? Danke für Ihren Nichtbesuch Der Bus kommt in einer Stunde Hausaufgaben sind gemacht Komm, auf zur Schule Passiert halt gerade gar nichts Könnte ich doch kurz Gucken Huch Was? Matt hat zugesagt Bonis für die Wohltätigkeitsballe zu backen Soll sie selbst backen oder ihre Familie Oder ihre Familie die Kuchen backen lassen Ja komm, wenn du es schon machst Ja komm, wenn du es schon machst, dann machst du es selber Ein Kind Alles klar Hmm Hmm Ah Ja! Ich dachte gerade. Bücherdienst. Eigentlich können wir das mit dem Battle ruhig machen. Weil wir verdienen eigentlich genug Geld in Sims. Deswegen. Was? Kein Trinkgeld? Hör auf. Cool, danke. Butler finden wir bestimmt bei Service und dann... Ja, hier. Ich habe es falsch geschrieben, aber... Ja gut. Ich glaube, das ist mit der Privatschule... Ja, das mit der Privatschule mache ich dann im nächsten Part. Aber das mit dem Butler können wir ruhig mal probieren. Backkiefer? Ja. Äh, kann man hier... Ja. Ah, hier steht es auch. Von 20 Simoleons. Zuzüglich 25 pro Stunde. Einverstanden? Okay, ich komme vorbei. Ja, viel Spaß. Kann ich vielleicht schon mal anfangen, hier schön zu putzen. Und das mit einem Strohhalm. Da kann ich dann schön die Straße putzen. Das ist kein Strohhalm. Was? Was? Wirklich? Ey, ich habe gesagt mit Strohhalm. Das ist kein Strohhalm. Du bist gefeuert. Also auf jeden Fall... Komm, spiel doch mal eine Runde Schach. Und unser Sim schreibt hier jetzt mal fröhlich vor sich hin. Cool, die Straße sieht richtig, ähm, sauber aus. Warum macht sie überhaupt die Straße? Ich meine, die Straße gehört jetzt nicht zum Haus. Gehört zum Grundstück. Ich helfe dir mal mit This Short Target. Delete. Lettuce. Weil, wieso wischt man... Warum wischt man Pfützen auf der Straße? Wenn der nächste Regen kommt, wird es dann auch wieder aufwischen, oder was? Da wünsche ich dir viel Spaß. Ja, okay. Jawoll. Das ist jetzt nicht schlimm. Hör auf. Schreibt gleich... Nein. Es kommt noch. Neues Zuhause kommt noch. Haha, du kannst da nicht putzen. Die Sonne... Das, 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 das. Nenn das. Hilf mal dem Butler. Ich geh jetzt nach Hause, aber morgen früh bin ich sofort wieder zur Stelle. Ja, warum habt ihr das auch gemacht? Ihr seid selber schuld. Warum habt ihr eine Wasserbombenschlacht gemacht? Auf der Straße. Deswegen sind die Pfützen noch da. So, jetzt. Aber jetzt mach ich erst mal. Ups. Ich find's jetzt nicht so schlimm. Ich hab umsonst aufgewischt. Ernsthaft. Ja. Mal mal was Neues. Okay. Also, einen Job haben alle beide. Videogames machten. Das sind's nicht. Nachtisch servieren. Viele zubereiten. Zubereiten. Spalletti. Ne, Hamburger. Ja, Hawaii-Toast. Dann eben. Ich hab's zuletzt gesehen bei... Ja. Ist auch egal. Wollt ihr eigentlich nicht mal mit den Nachbarn plaudern? Oha. Eßen. Aha. Ich mein, ihr seid eh begabte Schüler. Ja, Privatschule machen wir noch mal. Das müssen wir wiederholen. Hä? Hä? Wo ist sie eine Erinnerung? Hat die die Mutter? Ja, hat sie. Ich entschuldige bitte. Entschuldige bitte. Ja. Ja. Ein Stift ist mächtiger als ein Schwert. Weder ein Buch. Ja. Kann ich mehr lesen. Aufräumen. Was wollte ich jetzt? Ah, ja. Jetzt habe ich eigentlich die Einstellungen gut gemacht, also geendet. So. Nein. Manuela, wer ist Manuela? Schon wieder. Ach, mein Lachs. Was kräftiges. Vielleicht kommt unsere Zeitung. Äste weglegen. Wieso? Hä? Und alle fallen runter. Nein. Hä? Das sind doch gar keine Tasten. Alles klar. Cool. Hör bitte auf mit dem Blödsinn. Ich kann doch das alles schon. Weihnachts... Oh, lecker. Oh, lecker. Was? Was? Das ist mir neu. Wir haben einen Teller da drin. Lecker. Ähm, ja. Lass es lieber. Wird es nicht irgendwann schlecht. Ein Insider-Witz. Wir können es so ähnlich machen, wie diese eine Nachbarin. Die hat dann nämlich noch so einen kleinen Pool. So ähnlich können wir es auch machen. Aber jetzt sparen wir erst mal. Weil Lebensmittel muss man ja auch kaufen. Das geht nicht mehr wie in Sims 4 über, ähm, Kühlschrank. Cool, cool, Lavery. Oh, oh. Oh. Oh! Oh! Oh, das ist doch... Oh, das ist doch... Pff, jeder hält sich für einen Kritiker heutzutage. Hyper. Also auf jeden Fall Hyper. Wie oft wüsst du jetzt eigentlich noch den Herd abputzen? Das macht keinen Sinn. Ah. Ah. Mhm. Ha, 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 bobo. Das machen wir später. Das machen wir später. Ja, cool. Was macht denn der jetzt schon wieder? Wo ist denn der hin? Das ist er, der Nachbar sein Problem. Lasst es. Oh, aber dann. Ach, das ist ein Teenager. Hm. Trotzdem sind ihr Problem. Das brauchen wir grad gar nicht. Hm, hm. So, dann machen wir doch schon mal hier ein bisschen Luxus. So. Bisschen. Hm. Hm. Ach, sind das alles unsere Schulfreunde? Guck mal an die. Musst du die Blumen plattrampeln? Wie können die eigentlich Sprachnachrichten verschicken, wenn die nicht mal ein Mikrofon für den Computer haben? Guter Butler. Nur Schnee. Gut, wer reicht jetzt mit diesem blöden Busch? So, dann schieben wir den da hin. 3.000... Hey, meine Maus hängt fest. So, jetzt. Ja. Pferdes Angebot. Jetzt muss ich noch Move Objects on machen und dann kann ich den seinen Transporte in mein Haus reinfahren lassen. Ganz ehrlich, ich mag Sims 2. Und wo ist mein Geld? Habe ich schon bekommen. Habe ich noch ganz kurz gucken. Äh, hier. Wie teuer wäre das denn? 10, ähm, Simoleons 15 pro Stunde. Ah, das ist für später. Nicht jetzt. Das ist für später. Aber ich würde auch erst mal sagen, das war's mit, ähm, dieser Folge Sims 2. Um kein Video mehr zu verpassen, gib den Daumen nach oben. Oder halt ein Abo. Ja, da könnt ihr auch kein Video mehr verpassen. Mit einem Abo könnt ihr es nicht mehr verpassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Wir sehen uns dann. Vielen Dank.